Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Letzttest mit GTA 5 mit dem MSI GT72QD Dominator mit der GTX 970M, den i7 4710HQ mit bis zu 3,5 GHz, 2,5 hat er ja so normal. Nichts ist übertaktet, alles standard und normal und wir spielen mal GTA 5 mit Start, mit allem drum und dran, einfach let's go. Die Kamera ist das natürlich so nett und verdunkelt immer wieder und verhält wieder schön. Ton wird bestimmt zu dauert. Oh, ist das verschwommen. Na, bleibst du scharf? Böse Kamera. Ja, jetzt bewegt sich zu viel. Jetzt ist das Bild natürlich wunderschön klar und deutlich. Es geht nur los. So, gehen wir natürlich zuallererst auf Einstellungen. Wie gesagt, nichts ist übertaktet oder irgendwas. Quatsch, die Anzeige, da haben wir, Grafik, da haben wir es. Auf DirectX 11, Vollbild, Auflösung auf Full HD, 60Hz. FXAA aus, MSAA habe ich eigentlich auf zweifach und aus. Ich hoffe, ich muss jetzt keinen Neustart machen vom Spiel. Hier habe ich Hälfte, Hälfte. Ziemlich weit unten, leider. Sehr hoch, geht nicht höher. Shader-Qualität hoch, sehr hoch, sehr hoch. Aus. Machen wir mal auf zweifach. Sehr hoch, sehr hoch, hoch. Scharf, ich mag den Schatten lieber scharf, weil wenn er so weich ist, dann ist er total verschwommen. Nachbearbeitung normal, der ganze Rest ist dafür dann nicht hier da. Filterung 16-fach, Umgebungsverdeckung aus, weil das verbraucht, ich glaube, sehr viel an Grafikauslastung. Tessalation habe ich dann auf hoch und alles übernehmen. So. Und wir spielen mal. Hier stockt es komisch. Ach, hier habe ich nur 31 FPS, die sieht man auch gut. Gut. Dann geht es jetzt mal los. Könnt ihr euch jetzt gerne eine Stoppuhr nehmen und einen Klick machen, das wäre jetzt zu spät für mich. Ich habe jetzt noch nicht daran gedacht, hätte ich mal machen sollen. Aber, okay. Ziemlich hellbar, der Kamera. Ich müsste die Kamera wahrscheinlich ein bisschen weiter runter. Oder? Ich lasse es so. Wir werden ja auch nur ein bisschen rumfahren. So. Es ist schon mal leiser geworden. Das lädt aber noch. So, jetzt sind wir draußen. Mit 71... What's up, man? Mit... Ich mache ein bisschen leiser. So, mit wunderschönen 60 bis 70 FPS. Es ist wunderschön. Und ich meine, die Grafik ist auch echt Wahnsinn. Auch wenn man nicht alles auf Ultra hat. Achso. Mein wunderschönes Auto. Wir legen uns mal ganz kurz schlafen, dass wir Tag haben. Na. So. E für Speichern. Wie ihr seht, also das ist echt unglaublich. Jetzt machen wir natürlich mal Tag. Dann mal gucken, wie viel FPS wir dann noch draußen haben. Na gut, ich meine, Spiegel und so. Reflexion ist dadurch jetzt... sehr schlecht. Sehr... Ja, sieht man auch in der Kamera. Hinten zum Beispiel die Jalousie ist ja zum... Ne? Kotzen? Ne, wenn wir da reingehen, nehmen wir glaube ich eine Mission. Ich weiß nicht. Oh ja, hier. Jetzt sieht man das schön. Ja gut, hier gehen natürlich die FPS auch ziemlich runter. Um diese Uhrzeit geht das wirklich sehr runter. Wir werden zum Ende nochmal ein Benchmark machen. Ob ich das parallel oder... Quatsch, nicht parallel. Extra mache. Das seht ihr ja dann. Twitch. Huch, ist das nah dran. So hoch. Fahren wir mal ein bisschen... Ihr könnt ja gerne auf die FPS gucken. Ich kann es leider jetzt nicht. Boah, ich habe schon ewig nicht mehr GTA gespielt. Vorher nicht über Laptop. Also es macht auf jeden Fall dolle Spaß. Wirklich doll. Wenn ihr die Grafikkarte noch übertaktet, kriegt ihr bestimmt nochmal eure 5, 6 FPS raus. Würde ich euch zwar nicht empfehlen, an dieser Grafikkarte noch rumzudoktoren, rumzubasteln. Weil ihr seht ja selber, ich meine, man muss ja nicht alles unbedingt auf Ultra machen. Es ist immerhin noch ein Laptop und nicht ein... Na gut, ein Gamer Laptop ist es zwar, ja, aber es ist kein Ultra-Hand mit Sly und oder Sly oder mit AMD, Crossfire und so ein Scheiß halt. Das ist einfach nur halt eine Grafikkarte. Und ja, ich persönlich finde, es läuft wund... Ups, zeige ich einen Stern. Es läuft wunderschön flüssig und es macht einfach nur Spaß. Es macht ohne Witz, es macht mehr Spaß... Upsala. Es macht mehr Spaß, über diesen Laptop zu spielen, wie über PC. Keine Ahnung warum. Ich war sowieso schon immer einer, der zu gerne über Laptop gespielt hat, wie damals über meinen allerersten Laptop mit. Bei Gita San Andreas alles auf niedrig mit. Ja, wenn ich Glück hatte, mal 20, 30 FPS. Man fängt ja immer sehr klein an. Und ja. Irgendwann steigert man sich, kauft sich ein Ding für 2000 Euro. Freut sich natürlich, dass man sehr viel auf High spielen kann. Oder auf sehr hoch, wie jetzt hier. Very High. Ja. Ihr seht ja oben nicht unter 40 FPS. Hoffe ich. Weiß ich nicht. Wir können ja mal zu einer Stelle fahren, wo es wirklich sehr brenn... Uh, brenzlig. Ja, man sieht ja schon. Verdammt, ich habe hier noch nichts. Keine Ahnung, vielleicht hier. Wir fahren mal nach da. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob... Oh, die drehen immer so lange durch, die Autos hier. Da ist auf jeden Fall eine Stelle, wo das sehr runter geht beim PC. Sehr extrem. Da spiele ich natürlich, ich glaube, ziemlich hoch. Mit der GTX 980. Overclocked natürlich. PC geht das ja immer noch sehr gut. Dieser Laptop hat auch übrigens zwei große Lüfter. Einen für CPU und einen für die Grafikkarte. Und eine Torbo-Knopftaste, falls man halt wirklich übertakten möchte. Habe ich noch nie übertaktet, diesen Laptop, weil... Der ist schnell genug. Oh, jetzt kommt da eine Polizei. Oh, du. Buff. Kommt schon, Sternchen, geht weg. Ich bin leicht erkältet. Na los. Gut. Jetzt kann man Gas geben. Jetzt brauche ich auf nichts mehr zu achten. Ich bin sehr nah am Mikrofon. Ich hoffe, ihr hört mich nicht atmen. Ich mach mal so. Nee, das ist doof. So geht das nicht. Kamera steht natürlich direkt vor mir. Guck, hier ist meine Hand. Hui. Musik. Ich hoffe, das ist jetzt hier nicht... Nee, Quatsch, wie war denn das? Ach, du großer Gott. Ah, nein, das war doch was anderes. Da auch nicht. Kuh. Ah, mit Kuh. Also so. Mach ich mal aus. Nachher sagt die Gamer, ey, das Lied ist voll gut. Mit guter Qualität. Das darfst du nicht hochladen. Mach lösch, lösch. Ich hoffe, das war auch jetzt hier mit diesen ganzen... Ultra-Low. Äh, nein, das war nämlich nicht hier. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Ich weiß es gerade nicht. Irgendwo geht es auf jeden Fall so ein... ...Bergchen hoch. Wo die FPS einfach nur fehlen. Wir fahren einfach mal trotzdem... ...in die Berge rein. Wir fahren mal hier lang. Ist das... ...ist das hier? Ich weiß es nicht. Egal, die Autos sind ja hier stark wie... ...keine Ahnung. Wir haben jetzt daher wieder die... ...blüpp. Tolles Deutsch. Wir haben jetzt die Grasqualität ein wenig niedriger gemacht. Also auf Hoch statt auf Ultra. Aber Ultra würde ich nicht machen. Bei keinem PC. Da ist einfach nur krank. Die FPS verschwinden da sogar bei einer Sly von... ...mit der 980er. So, hier. Ja, geht schon sehr runter auf jeden Fall. Muss ich sagen. Ja, also... ...man merkt es, es stockt auf jeden Fall. Also es stockt nicht, es... ...hängt, sag ich mal. Ganz komisch. Es ist so schleierhaft, wenn man das so sagen kann. Ja, hier sieht man schon die FPS 43. 42... ...40... ...uiuiuiui. 40 FPS. Also unter 40 denke ich mal nicht, dass die irgendwo geht. Hoffe ich. Was ist denn, wenn wir jetzt hier mal richtig... ...stauben? Nö, das ist scheinbar nicht so schlimm. Stauben und in die Richtung? Offenbar auch egal. Okay. Also geht nicht unter 40 FPS. Ups, ich bin in die Kamera gekommen. Für Multiplayer würde ich vielleicht noch... ...die Tessellation etwas runter machen. Also auf Normal oder vielleicht sogar auf Aus. Und die Grasqualität vielleicht auch auf Aus machen. Das habe ich sowieso auf Aus. Schatten habe ich natürlich jetzt auf sehr hoch. Achso, huch. Da habe ich ja noch ganz was vergessen, euch zu zeigen. Bei der erweiterten... Hier habe ich natürlich auch alles auf An. Erweiterte Darstellungsdizanz natürlich. Nein. Hochauflösende Schatten, lange Schatten und sowas. Das habe ich natürlich auch alles angemacht. Äh, ich kann nicht mehr fahren. Okay, jetzt. Hä? Hier hängt doch kein Reifen, oder? Komisch. Also, falls euch das passiert, ich habe einfach nur auf S gedrückt. Äh, Quatsch. Was habe ich denn gerade gedrückt? W und S glaube ich gleichzeitig so. Dann ging es jetzt auf einmal. Keine Ahnung. Ja, den Benchmark, den werdet ihr im nächsten Video sehen. Werde ich nochmal parallel hochladen. Wahrscheinlich auch zuerst. Also, der Benchmark wird schon drin sein. Ach, ich ballere den jetzt gleich noch mit zu. Wie viele Minuten haben wir? Zwölf? Schön. Wir machen das jetzt schnell. So. War doch hier, ne? Genau. Benchmark. Achtung. Ja, ja. Benchmark. Achso. Wenn ich in einem Fahrzeug bin, geht das nicht. Immer lesen, bevor man was macht. Gehen. Ja. Let's go. Mit der GTX 770M. Die FPS seht ihr jetzt unten sehr gut. Da kann ich jetzt auch mal schön hingucken. Das Video werde ich auch nicht rendern oder schneiden oder irgendwas. Ich werde es so hochladen, wie es ist, damit die Qualität von der Kamera halt, also Kamera-Qualität so ist, wie sie ist. Und die ist ja eigentlich sehr gut, damit ihr auch auf Info oder die gucken könnt über euren PC. Und die... Ich habe auch bis jetzt noch nicht einmal Pause gemacht. Ich werde das trotzdem nochmal so hochladen, dass ich nichts sage und dass ihr den Ton von der... Oh, jetzt war es gerade ganz kurz unter... Oh, 37, okay. Dass ihr halt nur das hört, was hier jetzt gerade ist im Spiel. Und nicht mich. Das werde ich aber auch über Kamera aufnehmen, weil das ist ja sonst... Ich glaube, mit dem FPS ein bisschen weniger. Das möchte ich nicht. Ich möchte ja wirklich den direkten Wert haben und nicht mit Shadowplay oder so den Wert, sondern den Wert, der auch da ist halt, ja. Also ihr seht, es läuft flüssiger wie flüssig. Na, durch die Stromdinger kann ich nicht fliegen, da explodiere ich. Oder? War das nicht irgendwie so? Wenn ich mich jetzt nicht so ganz irre... Wenn ihr auch von irgendwelchen anderen Spielen noch so einen Benchmark sehen wollt, mit diesem Laptop, mit der GTX 970M, dann schreibt es sehr gerne mal in die Kommentare. Ich würde es machen, natürlich. Was? Okay. Cheater, Hacker... Ne, das war ja schon beim PC so. Die rammen ja einfach alles weg, was im Weg steht. Jetzt kann ich da hin und her gucken. Ne, schade. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Jetzt geht's los! Ich glaube, wir kriegen keine Auswertung. In Sloan. Ja, wie lustig. Nein. Ich glaube, das war so bei dem Spiel. Wir kriegen keine Auswertung. Wir kriegen das dann nur am Ende... Äh... Ne, wir stehen einfach ganz normal wieder auf der Straße. Aua. Was mit M kann ich... Ja, das weiß ich doch. Was? Nein, brauche ich doch nicht. Ach, ja, ja. Gut. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ging jetzt ein bisschen länger. Wie gesagt, das... Das, 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 das... Den Benchmark werde ich jetzt nochmal machen. Und in der Beschreibung natürlich auch noch verlinken, damit ihr das nochmal seht mit Ton ohne mich. Und ja. Dann nochmal viel Spaß und vielen Dank fürs Zuschauen bei dem Spiel GTA V mit dem MSI GT72. QD Dominator. Ciao.